die fälle des hastes werden hast du es hast du es hast du es wissen ja rausgekommen wo man spieler sammelt kassel düsen tödlicher handel ok was sind kassels seit ihr die tun die marken müssen da ist weit machen meine skelette gar keinen schnee mehr ich hab das ausgetauscht gegen high tide ausgetauscht okay jetzt in den himmel aufsteigen ja ja eine ultimative drei bällen ich bin geschah gemacht also angeboten sind immer gut irgendwie wie man durch mit irgendwie schaden Ich auch nicht. Meine mach mich nur wütend. Ich bin aber nicht bereit. Ja, die 2. Wellen, die sind 45% schwächer als die 1. Was denn? So, immer noch Schaden. 15 von 20. Die Weine. Ich darf die mal von hier oben. Ich habe immer den Schrein. Ihr seid unverwundbar. Das war ich doch schon vorher. Ah, ich habe die garige Früge. Ich bin so neu, deren Drüsen einsamen. Wieso, hier oben sind auch welche. Ich habe mal den Schrein. Ja, weil ich. Oh. 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 ich dachte ich einen tag hoch gesehen das war nur ein lilaner gegenstand warum noch eine quest hat also sind wir auch noch das gebiet hier aber ich habe schon alle so eine ganzen grüsen ja ich muss war na gut dann gehen wir mal zu der einen stadt da haben wir wieder voll viele sachen zum abgeben nicht solange ich in der stadt bin aus dem weg erwachen ich habe die bude betreten olaf ein schatz kommen hat dieses tagebuch fallen lassen in einem gefolgt weil ich gehofft hatte dass er mich ins reich endloser reichtümer führen könnte ich wusste nicht dass der verdammte misskerl in wahrheit mich verfolgt hat verpasste mir eine und stahl meinen gold zahlen hier ist eine belohnung für eure dienste das bezahlt dann schon ok sieht mich nicht so an hat er nicht ansprechen da sehe ich mich nicht so an noch mal hier ich habe eure drüsen aber erst die bezahl mein charakter prioritäten euch in der cool gut machen war mir ein vergnügen mit euch geschäfte zu machen edelsteine nicht mehr schmuck ich kann nicht diese kette machen schon immer haben wollte ich habe die gift das ist das gute zahlen lehrt der ihr giftige gift lesen das zeug ist nichts für zahlbeseitete eure belohnung wie versprochen mein rezept für mein herr sie wollen ja leute umbringen wenn mein wein euch aus den latschen haut bringt euch dass er morgen wieder auf trappen nein alter wir trinken nicht schlechte erfahrung repz heilen des elixier ok ich meine wir benutzen keine was kann man jetzt aus diesen dingen irgendwie elixiere erstellen aber rezept für datei wirk ich habe jetzt zwei rezepte ich habe ich mir jetzt zwei davon weil ich wollte dafür action replay codes alle aktiviert hast auf deiner seite und ein zwei weiteren trinken ja ich habe jetzt das geschenk von dem da aufgemacht und da war noch so ein rezept für alle die heilen des elixiere drin und da waren fünf heilen der elixiere direkt mal eins nehmen es gibt gleich umso flug der abtrünnigen und nun das umwelt sein weltbosnäe ich habe mir nach zwei minuten wenn man noch in cash ist da noch da auch 100 brauchen wir dafür nur ein was denn das hier trocken stebe findet in der krone der scheiße alle her natürlich in seiten verzweiflung kehrt so hell da rübs zurück wenn man das ist nicht abgegeben da ist eine schon wieder zu den eisenwölfen bohr ihr habt da ich euch noch sagen ich mich interessiert euer pferriverein nicht die ochsen die ochsen werden die welt beherrschen genau ochsen vor dann sieht man den ganzen tag nur noch auf der weide die angaben er hat wohl das und mit dem wenn da mal ein bisschen missverstanden was hat er richtig ja doch das ding und sagt nicht mehr ja es war anders aber da ist fest sie haben die oase vergiftet ich weiß es sie haben die oase vergiftet unsere ernte vernichtet was stimmt mit der oase nicht etwas im wasser macht uns krank weil diese oase diese rote dieser rote fluss da unten als auch zivilisten in unserer opus hat nicht so sein das ist gift sage ich euch die banditen wollen uns auslöschen wir müssen dennoch die quelle finden wanderer würdet ihr mich südlich von hier treffen ich möchte die küste andere allein ich will nicht dass der hauptmann richtig ist ja der rotes wasser ist noch mal in dieser welt ältest du dir leben nein muss ja nicht unbedingt gift sein hier also hier sieht sie auch in der höllenflut war doch ganz schön irgendwann haben wir sagen ich lieber wo wir hingehen die hölle 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 hat mir dass wir hier euch ich bin noch nicht bereit Ahhhh! Wie ist das? Ja! stamm ich bin noch nicht bereit nein, nicht den mpc töten nein das ist tot, wir haben ihn getötet und wir haben ihn getötet ich bin noch nicht bereit wo lebst du denn da? wieso, ich folg dir und nur dir, Daniel ich bin irgendwie voll woanders gerade folgst du jemanden anderen oder? dann bin ich halt gerade jemanden am anderen gekommen boah warum läuft die da lang? ich bin dabei also der eisenwölfe hm hm wie sind wir in der Stadt? ich weiß nicht, das wird nicht auf der kleinen karte da ja ich bin der gelbe Pfeil bei mir ein bisschen beglaut aber bei mir ja ich bin gelb ich bin der gelbe Pfeil du bist der blaue Punkt gut bei mir hm 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 multi ne mal ja ja kann gut sein ich werde lange hab ich etwas gefunden kann an der küste keine quelle entdecken das gift scheint einzuströmen kommt beschwungen unter dem wasser irgendwas scheint mit diesem roten wasser nicht zu stimmen aber es ist jetzt mal gut irgendwas scheint mit diesem giftigen wasser das vergiftet ist nicht zu stimmen da könnte ich Gift nehmen das ist fast so giftig wie die chemisch verunreinigte Brühe die wir jetzt sind oh das regnet schon wieder Feuer von mir au regnet auch noch Gift ja ich liebe es oh die Assa ganz an Aua oh mein Gott ist doch noch ein Trank Mann Gott sei Dank Mann gibt es einen Trank Mann also ich habe noch neun bin noch nicht bereit da war direkt oh mein Gott wir haben uns gesehen oh tot muss man hier rein also banditen sie haben wohl einen tunnel gegraben war waren ekelhaft eine lecker eine lecker ja da wird schwert sich die Höhle kaputt gemacht diese aus wird ihr so freundlich will das so ein stück ab war ist ich habe gerade so ein ding angriffen also angefangen zu wackeln also ich habe dazu war war da muss einen weg freigemacht warum folgte die all den schon wieder nicht jetzt schon wieder nicht wo ist sie denn haben mir folgt wie ich weiß mir nicht ich muss wo ist denn die ich muss jetzt den tunnel der oase betreten daraus was das wasser verunreinigt ich habe immer noch nicht mehr weil ja ich brauche die scheiß tante nicht ich bin noch nicht bereit wenn dort sagt ja steht ja hier muss jetzt herausfinden was hat verunreinigt also bin ich ich habe mir auch finden alle zerstören zerstören damit kann ich leben ich bin noch nicht bereit außer weg jetzt passiert zwar ich muss warten weil er eigentlich so hart getroppt wurde oh fuck 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 dementia Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich werde das nicht mehr ansehen. Oh, man. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt so deine Bällelein. Eine Abklingzeit, eine Ultimate. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin hier. Dann bin ich manchmal da. Manchmal da. Manchmal sogar. Oh. 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 Gold. Gold, gold, gold. 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 Ich bin noch nicht bereit. Aber auch. Aber was wissen halt. Irgendetwas entgibt es. So. Ich sucht weiter den Tunnel unter der Oase. In das Schlange. Und dann auch. Das war ein Käfig übersehen. Ich muss warten. Was machen sich so eine Frau? Wer weiß nicht. Ich bin halt der Womanizer hier in der Truppe. ich muss kultisten schmuckstück ist jetzt bei dir irgendwo haben wir jetzt mit der frau da kann ich nicht kommt so schnell ihr könnt ihr so schnell kann ich ja ich habe zwei rezepte ich habe ein rezept im daniel und ich habe aber schon 1 oder 2 haste zwei sowie zum lager der wenn es schwierig wird dann haut einfach ab er war gerade schon wieder hier war schon wieder diese eine quest über abgeben können sie ist schon wieder verschwunden wie ist nur zu einer bestimmten uhrzeit da steht zurück zu links hier zu held am zurück aber die quest habe ich doch gar nicht wenn wir hier sind dann ganz nicht bei der h stehe nicht da ist held am wo der hälfte hat ist schon gut der junge daywood hat den hier beim herumspionieren erwischt auch noch während er seinen posten bewacht hat der bastard behauptet die triune hätte ein versteck nahe uldurs höhle er sagt es sei bei einer säule aber nicht wie wir hineinkommen ich habe euch doch gesagt die triune hat uns nicht aufgenommen angeheuerte schläger knochen knacker die eisendwürfe so seltener ein strumpf sie mehr weiß ich nicht ihr lasst mich doch gehen oder sein still wir geben immer alle warum sollten wir euch glauben okay ich muss da und mit den typen reden jetzt war kein christ symbol bei den auswahlen aber muss denn trotzdem irgendwie hat sagt diese medaillon konnte der schlüssel sein medaillon verschafft uns eine chance aber das risiko ist höllisch groß hauptmann wie viele banditen bewachen dieses versteck wie viele von der triune und wann werden sie dalgur angreifen ihr gift hat uns bereits geschwächt vielleicht ist das unsere einzige chance bringt die wollte und unseren freund hier heraus und findet das versteck wenn ihr eine chance sich zuzuschlagen ergreift sie ja wohl hauptmann oder banden krieg interessiert mich nicht schließlich durch den ochsen stamm haben wir sind der überlegene stamm nur eigentlich mit deinem konkurrenz ganz viel ich muss die nachricht verbreiten es geht hier um die message der punkt ist der ochsen stamm ist das beste dinge aller zeit und jeder muss es wissen ernst dann ich kann nicht so schnell sagt mir zu viele nachrichten warte eine sekunde wieder bei dir alle weggegangen da da müssen wir ja unter der kopf der schlange glaube ich weiß nicht warum die question wohl hier verschwindet verleitung ich in der stadt bin ich bin noch nicht bereit jetzt waren die schweine nein alles wurde getötet wie noch nicht bereit wer da sie war noch so jung wir sind einige kreis er kämpft für sich okay also seit jens schwierigkeiten geraten nur eine banditen patrouille wir haben uns unauffällig um sie gekümmert aber die schlucht wimmelt nur so von ihnen sieht aus als wären wir hier richtig wir gehen rein denkt wir suchen eine säule die das versteckt der triune markiert bewegt euch rasch tötet schnell verstanden jawohl hallo seht da wurde in asa erfolgen uns also verweitet werden müssen wir noch tonbeschwerer war eine junge frauen uns ja nicht mehr eine junge fähigkeit überhaupt nicht mehr das weg betrug mich schwer als hier ich bin auch nicht und ich bin box leise ja ja ich bin auch nicht wer hat sich klar aus der typ wir sind so sechs doch keine chance Ich muss wappen. Boah, das könnte ein bisschen dauern hier. Boah, blapiert. Boah, blapiert. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss in der Gruppe gegen den Typen kämpfen. Ja, ich hab zwei Dinger abgezogen. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. 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 naja ich kann nicht angehalten kann sich beim tag einsetzen so ein nebel drin wird ja da wollte der uns jetzt nicht mindestens fünf level abgibt nicht und zehn legendäre klamotten ich muss warten ich kann ja mal eben herunter ich kann mich denn ich bin auch nicht ich muss warten ich bin noch nicht so viele blutkugeln besser als tränke besser als deine elf tränke ja ich hab elf blutkugeln ich würde hier illegal tränke spruggeln das ist eines der geheimnisse daniel dass ich niemals muss er einfach auf sich bohren ja ja ich muss warten ja was die tränke aus zweihaltige zweihaltige länge der schwerheit und ich habe eine rüstung bekommen die schwächheit wohl alles klar und war das jetzt er ist aber nicht gut wir hatten zweihändiges legendäres schwer wenn man sich als schlechter als ich habe jetzt hat sowieso nicht haben ich muss darauf erst mal oh mein gott sicher was wird 800 schaden wo man alle werte 500 geil leider länge der kann ich ja nicht gehen aber das wäre ein problem wenn ich das gut genau ich kann ein bisschen benutzen ja mag ich aber nicht neben ein buch oder ein tonkopf weiß ich ja jetzt müsste der dann natürlich noch genug mit dem spiel auslösen und da wird ein bär oh ein bär warte warte ein bär er ist ein bär ist ein bär von einem wer ist der bär wer ist der bär wer ist der bär da kommen wir das ja das gleiche von uns so ein billig schreien nee hat meine typen hier nach dem weg fragen die zeiten wenn der ort so fährt die tausend tausige gaben oder wie auch immer es heißt auf höllischer parol ja ganz mal den typen nach dem weg fragen ok ja das gegner in diesem gebiet zu dieser jahreszeit hier hier ist mein herr ist das eine säule für den einiger zu versteckt hat hier der einzige auffällige ort hier also ich bin so sehen sofort hier eingegangen weiß nicht ob da was passiert ist noch eisenwäufe eisenwäufe kein ochsen ochsenknechte Nächster die vier tränke lassen da wurde das ist passiert seite verwundert verfluchte dämonen wenn sie sie auf talgur hetzen wir haben sie aufgehalten schwarze schwarze ich kann nicht schon gut ich bringe euch zum heilen so ganz ganz viel ja kommt in deinem zu und wenn ihr könnt du rüchst dich ins face rein du tragt in dein face rein in dein face rein ok und keinen trank für den damal wenn man das spiel weiß ich brauche das wird die einzige lösung die mir einfällt ich weiß aber nicht nur diese komischen tränke nein dann gehe ich dieser weg dieser keks wird kein weicher sein ich sag mal hier so ein ding öffnen soll ich habe schon wieder so viele dinge gekürztes geschenk da wurde schön euch zu sehen da wurde ich habe schon besser ausgesehen nächstens muss ich nicht auf meinem posten stehen ja der heiler sagt vielleicht kann ich nie wieder laufen nur noch eine weitere arme seele die die eisenwölfe schützen müssen das das kann hier mit jemandem reden aber falls er recht mit Azar kann ich reden ja möchte ich dass ihr meine rüstung nehmt kämpft für mich weiter wie geht es der Wut ich glaub der Wut ist bei mir tot ok naja der ist beim heiler ich bin jetzt ein eisenwolf ich habe ein eisenwolf kuras bekommen ich frage dich was soll ich mit diesen mist das ist eine beleidigung gegenüber meines stammes dabei haben sie etwas gegen meine familie ich bin hier reinpacken war der westbett zerstört ich bin hier sind ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier für rom und ära wir haben ja nichts mehr hin und cash ist da glaube ich ist sogar gar nicht schlecht so für schlechte rüstung hat denn 1186 hast du ja meine ist besser also ist die schlechter ja aber nicht so viel schlechter dann gehen wir da ein cash ist da nichts mehr ich kann gar nicht so weit gucken gehen wir zu der krone der scheu saal blut der mutter ich glaube diese größer maschen seit ewigkeiten hatten gut sein ich bin damals schon lange da gedeckt da können wir gleich mal hingehen was ein aspekt und schönes für mich haben sich doch jetzt dass ich bin ja gerade durchgegangen suche dich ich bin in sucht des schicksals schicksals schicksal soll ich schon sein ich bin hier ich bin in kiro war schon warum ich dich nicht finde ich muss mich teleportieren hier schon mal so ein quest dingen ich bin ich vor dir da bin ja wirst du ja hallo da bin gefunden er ist hier drinnen explodiert ok was willst du über dieses buch ich wusste dass es irgendwie zu mir zurückfinden wird ich habe es beim katalogisieren einer alten gruft gefunden es hat mir versprochen meine familie würde nie wieder hungrig sein aber jetzt jetzt schulde ich ihm meine seele also versteckte ich es und versucht es zu vergessen anscheinend hat es sich einen weiteren bereitwilligen schuldner gesucht tut das was ich von anfang an hätte tun sollen werft es ins feuer und verbrennt es zu asche ok und in der lagerfeuer ja gerade und verbrennen ein paar bücher mit ich vermute wir können den dämon beschwören dem das buch gehört ja natürlich ist ihn töten bevor er sein teil warum sag ich immer wieder ein aufzug ist irgendwelche dämonen beschweren wenn ich aber die polizei kontaktieren also hier gibt es keine polizei wie macht man das der werte her er kommt zum fahrt der fehlten seelen beschwert den dämonen ich bin bereit zum abkassieren ich weiß dass ich dass ich meine familie gern wiedersehen würde ich weiß das vergeht es nicht ich beschwöre euch kommt und holt euch was euch zusteht meine faust ich dachte ihr wirklich ihr könnt ein packt mit den brennenden höllen schließen und den flammen entgehen nein 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 ich komme dabei wecken es tut mir so leid immerhin ist das buch geschichte irgendwie mehr halb als noch noch siegerte truhe versiegelte truhe des fox und stammes das wird alles wert auf zurück der dämonische boot von abscheulichen kann man auch machen ja war was möchte schießen ok natürlich aus studiert irgendwo anders also ja so ein questgebiet bloß wieso nicht ich bin auch nicht ich werde nicht nur wieso dafür segelte truhe das ochsen stammt jetzt quest habe ich gar nicht nur einmal warum nicht dann muss ich die abbrechen in zeiten der verzweifelung möchte ja mit rein kommen sie ja nicht